Hau di du die Freunde, Willkommen zurück zu Saints Raw 4, ähm, Enter the Dominatrix Ende. Ultimate Edition. Ultimate Edition. Lux Edition. Lux. Deluxe. Freunde, ihr habt jetzt ein bissl die Tastenbelegung geändert. Ich habe zwar jetzt, das so an sich ned auf F2, aber ich kann jetzt, was, 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 oh. Ich kann jetzt permanent einfach zwischen den Superkräften wechseln, das find ich besser. Okay. Das geht eigentlich ganz gut. das ist klar im Kontrolle also ja ja eigentlich kennen sie so dass sie das kommt wir wissen nur jetzt nimmer mit was für einer Taste beim Kontrollen geht es gar nicht zum Glück er hat nur schwierig Johnny Sadebeil Nuss 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 Das ist so blöd, da oben über Kuh, das ist so blöd, das ist so blöd, das ist so blöd, das ist Nostalgie, Baby. So habe ich es gelernt, so mache ich das. Hm. Finde ich besser so, weil ich nicht. Ich nicht. Ich finde, du kannst auch noch besser mit der Serie kommen. Ich finde, du kannst auch noch am besten gar nicht spielen. Ja, weil auch noch ein Scheißspiel ist, ein Dreckspiel, ein Bixspiel. Ja, auch noch ist komplett Schwachsinn. Und das habe ich schnell wieder aufgehört, weil es echt nicht gut ist. Civilization zum Beispiel, spiel echt gern. Civilization is nice. Spiel ja nicht gern. Aber Anno... Anno ist kaka. Ja, aber leider gibt's ja von 42. Ja, leider. Ist halt wieder Ubisoft-Scheiß-Track. Hey, Dominatrix. Holy moly. Was war das? Ich war es nicht. Holy shit, wer bockt jetzt? War das ihr Vitor oder unser? Ich hoffe, es war unser. Ja, es kann einer sein, der Strahl ist aus dem Dreier von Vitors. Was? Holy shit, sie wird Gott so richtig hart vergewaltigt von uns. Was für Vitor steht. Na. Vertical take off and landing. Ja, und? Oh Gott. Hi. Nice. Ah ja, stimmt. Das ist ein bisschen bei dir abtorn gekommen. Und das heißt, er... Er... Geht auf... Ah ja, da gibt's ja einen Planeten mitlauter. Ah ja, genau. Jetzt bist du wieder durch. Hier. Ich will mir wieder wieder. Das hat ganz gut funktioniert mit dir. Okay. Simbers kennt sie aus. Mhm. Er weiß was abgeht. Komischerweise. Ja. Schau mal, was ich kriegt hab. Dominatrix. Das ist gut Waffe. Ja. Lecker. Granada. Granada Appel. Aber eigentlich kommt es nicht unbedingt. Nein. Aber das ist wirklich geil. Mon an scanner... Zerstöre die Panzerät. Oh, dafür! Don't! Zerpto hat Buntz. Wo hat diese Glätte der so einen Lief took denロ toughesten. Ma einer kann er daunt. Ma einer kann er daunt. Ma einer kann er daunt. Run, run, run. Das ist ein guter Panzer. Fliegende Panzer. Keep him, keep him, keep him. Nice. Okay. Ah, da kommt man. Wo ist eigentlich Sidiak? Sidiak. Sidiak ist nicht da. Sidiak ist tot. Sidiak hat er umgebracht. Ja, Sidiak hat er umgebracht. Wo ist eigentlich Sidiak? Der fehlt. Ja, er hat aber am Anfang gesagt. Ja, ja, weil das war dann wieder der Anfang vom DLC. Da hat sich mich zurückgebeamt. Ja, klar, das habe ich schon gewusst. Aber Sidiak kommt nochmal vor, weil Sidiak am Anfang gesagt hat, er ist im DLC. Ja, ja, nein, nein. Das muss man sagen. Nein, nein, du hast in DLC neu gestartet. Ja, das hat er gesagt. Ja, wir gehen wieder wieder zurück. Wir wollen den nur mal. Holy shit. Ja, das ist in der Kontrolle. Vielleicht können wir noch mal was man braucht. Du hast was über die fette Lebensanzeige gekauft. Ja, 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 ja. Was ist in dem Motoren? Wenn Sie einfach so ein Deal ist, ihn erstatten können, dann können wir ja wieder. Ja, ja, stimmt. Was ist denn o. Du – ja, Sie habenbedingst man den Paar Sch Stay? Ja, jetzt scratching, dann Herz, die Verkaufel, die vom Tempo. War es gak круer, also alles? JThrst du farest nicht hier? D-Arend eine Kман? Oder Nein! Und es haben aussieht! Auch ihr �s nicht... Das hier fällt nicht. Ja, was? Was hast du Ge�yse uneire, oder? Ja, dies ist nur geblütete, auch machbar sin? Das gibt's die Fall 8 Stunden? wir sind erreicht wird die Reptoren und sieben Freunde schon liefst die Gäste Schusslinge Stürr die Vito ist die Säugier dieser Vito ist unterwegs der Schilder die Romo war ein Vertikten 6 es ist die Staten Mö von Sankt-Legend eine Schilderung wo zum Schilder uns klingelt werden fliegen in den blicken tatsächlich tatsächlich irgendwie zählern nicht richtig er hat doch super hockspringen ja ja so wie hulk und ironman 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 1 1 1 1 1 schon vorher kennt er noch fliegen ja dann wird ironman gut der hulk passt da kann ich jetzt fliegen wo soll er kommen ok wie ist hulk jetzt stärker als superman ah ich würde sagen das ist äh schwierige vor irgendwo irgendwo ja 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 Das ist die fucking Stimme von Stitch! Holy shit! Das wird nicht echte Stitch sein. Nein, aber es hört sich um so an, oder? Ich weiß. Ich kann doch einfach wirklich mehr reiten. Ja! Holy shit! Ja! Ja! Oh, der Dinosaur! So nice! Geil! Das ist gut! Und jetzt kommt sie auf den Planeten von einmal. Ui! 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 � Ui! 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 Das ist sogar wieder der Boss, oder? Ja. Eigentlich ist er eine schwarze Frau. Ja, eigentlich schon. Normalerweise ja. Ja. Sirano. Ja. 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 Sie sind genial. Es ist genial, es ist einfach genial, ein bisschen, ein bisschen. Die Dominatrix, das Begleiterin, ja. Dominatrix Freeway, Velociraptor net, what the fuck. Achso, das ist ein Typ, verkleidet, das wird aus der Raptor und mit Waffen. Ja, Freunde der Raptoren, wir haben die Dominatrix geschafft, Freunde. Und dann werden wir in der nächsten Folge weitermachen mit Centro Normal 4. Centro Normal 4? Centro Normal 4, ja. Schauen wir nochmal kurz in die. In die Simulation, ja, wir sind eigentlich schon bei Wippen. Das Wissen hat uns gut gepasst. Ja? Oh, Freunde. Dann, würde ich sagen, beenden wir die Episode hier. Ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode von Centro 4, wo wir ganz viele... Bei mir. Hier. Beim Sepp und beim Bäder und wir singen uns. Habi duri.